So, es ist immer noch Sonntag, die Halbfinale zu laufende Herren. Ich habe mir Stefan Köhler gefnappt. Stefan, du bist nicht im Halbfinale. Bist du sehr enttäuscht? Fazit? Erzähl mal. Fazit, wir sind dann drei gesetzt gewesen am Gegensatz. Zwei und eins der Sitz ist verlor. Zwei, drei theoretisch. Muss man nicht so zufrieden sein. Aber mit den beiden verlorenen Spielen können wir natürlich nicht zufrieden sein. Da haben wir nicht unsere optimale Leistung ausgeschöpft. Das heißt, da wäre sicherlich noch mehr gegangen und von daher sind wir nicht ganz zufrieden. Aber mit dem fünften Platz sicherlich auch nicht unzufrieden. Genau, nachdem ich letzte Woche, nächste Woche geht es ja auch weiter. Eben, genau. Danke für das kurze Segen und gute Heimfahrt. Ciao.